Hallo jetzt ist das Jupe ich bin Ash und ich bin Max und heute gibt es mal ein schlangenes Spiel nämlich Slytherio Eat Grow Longer und Nickname nennen wir uns wie Ash und Max? Ash und Max Play So dann fang ich mal kurz an. Weißt du wie die Steuerung und alles geht? Mit der Maus halt bewegst du und so man kann doch springen ich muss einfach ein bisschen größer werden weil wenn man so ganz klein ist dann kann man nicht viel machen ist einfach so vielleicht kriegen wir ja Sinn einen großen zu töten dann werden wir halt groß wenn wir den haben oder wir haben Glück und irgendwo ist gerade jemand gestorben und dann haben wir ganz viel das wäre cool ne vor allem so eine fette Schlange ja ja nein auch verdammt Erschmelsma du brauchst das schon nicht du kannst auch einfach mit der Maus einfach oder machst du so und geht auf Play man kann dann sprinten ja mit dem Maus geht es auch wenn du klein bist geht es nicht wenn du Sprint ist an Verlässer Masse wenn du zehn Minuten zehn groß bist wie es erwähnt das steht wie unten links steht steht dann die Größe wenn das zehn steht kannst du nicht mehr sprinten ne und du musst dein Bild bleiben nicht einfach rum und raus gehen warte ich zeige es nochmal machen wir mal auf Play gehen und jetzt lehre das große ein bisschen und ach so jetzt geht's dann fangen wir mal an ein bisschen größer zu werden am Anfang ja und dann gehen wir mal die Mitte unten rechts und eine kleine Karre siehst du die ja gut da steht wo du bist da ist so ein weißer heller Punkt das bist du den oder ich und jetzt gehen wir mal in die Mitte weil da ist meistens ziemlich viel los und dann sind meistens auch die ganz großen ja und der geht schon los verdammt ich wollte den auch noch höher umbringen oh ja ok Heinz ah verdammt schade willst du wieder? ja ja ich guck mal ob wir nochmal irgendwie größer werden können als 80 weil ich hab das mal so allein gespielt da hab ich einmal 8.000 gehabt oh und der größte ist hier wie hoch 50.000 51.000 ist der größte und du bist 11 ja gut komm mal wieder ja weiter runter in die Mitte denn da sind meistens richtig viele große pass auf komm schon wenn schon den da ach verdammt hätte sie vielleicht nehmen können ja kommt jetzt nehmen da hat er Bock mehr gehabt jetzt geh mal in die Mitte da kommt auch noch nicht gegen die Fersen wenn gegen die Fersen kommt schon fast rein oh ja der kreisst du ein Weg schnapp dir alles schnapp dir alles los reinfahren stopp verdammt egal muss auf dem Feld bleiben das ist halt nicht mehr mit fällt und 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 hier ist noch recht großer wenn den Krieg sei wer cool verdammt U1 der Traum Google ich habe dort ja holl genau mag drauf verdammt d das noch auf der Wiedere legen und der Feinland wo es 430 naja ist nicht ganz so groß aber egal und müssen direkt mit des Wortes ich würde am Anfang nicht zu viel Sprinten das riecht groß ok ok hier sammeln wir mal ein bisschen ein und wir gehen mal wieder in die Mitte ja und das schneide Macher schwer so kleiner und das ist ein bisschen nach da ja hier raken die müssen ein Rand und dann müssen wir da unten so langsam aber sicher da kommt schon welche anmarschiert da ist immer frei da ist immer so starben oh ja oh ja sogar oh ja größeres aber so muss glaube ich verlaufen ja das macht Bock das macht so ist wir schon mal etwas größer als sonst und ja okay so groß ist es nicht der Größe 70 der 17.000 nur ja gut eben war da halt einer der war dann doch ein bisschen größer mit 50.000 über den Weg über 50.000 über die Schuppe über die Gefahr der beiden der Rest auch mal weiter wo wir sind die ist 1000 319 zu stoppen und ich sehen groß von 3902 groß und das ist eigentlich ganz so groß aber bei einer Köln in der Hand von mir so du bist zwölf großen Kassel nicht wirklich drücken vielleicht die Mitte wieder zu größeren was er macht was wird also ganz schnell was abstauben wenn es nicht springt weil du bist dass sie groß ist ja auf dem Grund da proben wir noch einmal aus ob ich nicht und das war dann bitte oder und so warte ich pass auf da kann ich ganz gleich das war knapp was gesehen ich glaube ja guck du bist so ziemlich groß ist gar nicht gespritten ach manu versuch mal hinzugehen weil der richter kreise alles ein was eben gehören soll vielleicht ist jetzt weiter in die mitte weil ich glaube oder du bleibst ja geh mal hat in die mitte hier ist ein bisschen ist gut eine sehr große ich gehe mal an die sache sein ich komme schon nötig mehr zu spät bleiben weiter vielleicht kriegst du es ja hin das bühnen und was für den großen gegen zu hauen ich glaube die stört das effekt die ärgert das so richtig was ein kleiner was sie lieben ist er nicht der ist so schön wie ich jetzt in den Tausenden das so auf jeden Fall im und wohl über den Stränden weil es so machen du nein nach was einfach gehört und vielleicht ist sie noch nein ich würde sagen ist man vielleicht um an das ein bisschen aus nennen ich will vielleicht ist er noch hin ich glaube Leila sei einfach hier woanders sind ein bisschen schnell das macht nicht die mich erinnert da hast du ja nicht mehr kommen ja woanders sind das entgegen wir haben das auf der Kuh aber aber verdammt wenn es ein paar von dem Video bis zum nächsten Mal Tschüss!